Liebe Zuschauer, heute ist ich hier mit Alfred Schier und mache die Sendung Im Dialog für Phoenix. Und wir sind hier im Foyer des Residenztheaters. Warum im Residenztheater? Weil ich hier früher sechs Jahre als Schauspieler engagiert war. Und wir plaudern ein bisschen auch über mein früheres Leben. Und ich darf mein Buch vorstellen, Miroslav Jugoslav, dazu befragt er mich auch. Und wenn Sie ein bisschen mehr über mich erfahren wollen und über mein früheres Leben, dann schalten Sie ein bei Phoenix im Dialog am? Am Freitag um 24 Uhr Sonntag für 11.15 Uhr Wiederholung. Das war der Herr Schied. Schauen Sie ein.